Das war knapp, mein Freunde. Das war sehr knapp. Tenzin, wo lang müssen wir eigentlich? Müssen wir hier lang, müssen wir da lang. Durch die Helfen, Tenzin? Tenzin, was machen wir jetzt mit Tenzin? Ähm, ach ja. Alles klar. Natürlich. Wäre klar, dass es irgendeinen Tod gibt. Wie viele Tode haben wir denn jetzt schon? Allein in diese Aufnahmestation. Nein! Wo springt der denn hin? Ach Gott. Und weiter. Komm jetzt. Die Scheiße hast du ja schon mal gemacht, also. Hoch hier. Okay, ich hab ne crazy Idee. Und sie hat funktioniert. Bei meinen Ideen, dann kann es schon mal sein, dass die mal nicht funktionieren. Ähm. Komm schon, ich fang dich. Ah, hab dich. Ah, bitteschön. Du schuldest mir was. Drück dich zähl. Tenzin, mach mal. Wow. Ich will nicht im Weg stehen. Tut mir leid. Du kennst dich hier besser aus. Ich brauch dich. Du darfst mich hier nicht sterben. Du darfst hier nicht sterben. Sonst, ähm, naja. Oh, fuck. Das sah nicht gut aus. Drake. Drake. Sehr gut. Wir sind auf jeden Fall quit. Verdammt, was war das? Ja, komm, Maso. Alles klar. Jetzt wissen wir's. Kein Scherz. So ein Mist. Was war das? Ah, das? Was war das? Ja, guck mal. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja, komm schon. Ich will nicht. Denzin, wir müssen weiter. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Ich will jetzt niemanden hier beunruhigen, aber das sieht verdammt nochmal nicht gut aus. Und es wird verdammt dunkel. Wow. Das sah gerade erschreckend aus. Was war das? Okay, gut. Warte hier. Hier. Warte. Warte. Gehen wir nochmal da hinten lang. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Komm schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hey, Schäfer lässt grüßen. Hoffentlich ist die geladen. Wow. Wow. Was ist das? Was ist das? Was ist das, dein Ding? Was ist das, dein Ding? Was ist das? Wow Fuck, oh fuck Oh fuck Ach du Scheiße Meine Güte Wie soll ich jetzt hochkommen Hm, gute Frage Wow Ten hat sich warnen können Ach hast du ja Hast du bestimmt Ich hab's nur nicht verstanden Oh Gott, Freunde Wow, das war extrem knapp Ach, die Typen sind gestorben wie die Fliegen Das kann man wohl sagen Hm, nix in Schatz bekommen Okay Okay, Tenzin Was schlägst du vor Ich weiß, was du vorzuschlagen hast Ah, ich glaub Da muss ich aber von woanders Irgendwann machen Ah, das wird gehen Und Tenzin Ich hoffe, du kommst hinterher Hat er mich auf jeden Fall auch wieder Ein bisschen Rausgeholt Gerade beim Kampf Gegen dieses kümliche Vieh Ja, das kann man wohl so sagen Herz aus Eis Würde aber sagen Speichern hier wieder Spiel hier Und Genau Sage dann Auf Wiedersehen Nämlich Wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch ein Like da Kommentiert Abonniert Und tagt vielleicht noch das Video Nonsten haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao